Dann erzähl doch bitte ein bisschen aus deinem Leben. Ich bin wirklich neugierig, wie das früher alles so war. Mit deinem Jevenu. Ja. Ja, ich bin Hanso Nepila Roniski. Ich bin Hanso Nepila, ein Rona. Ich bin hier geboren und hier bin ich zu Hause. Als Sohn eines leibeigenen Bauern wurde ich am 1. August 1766 geboren. Wir waren sehr arme Leute. Und in meiner Kindheit habe ich nur Hunger und Not kennengelernt. Ganz schlimm war das Hungerjahr. Viele Menschen haben gehungert und wir besonders. Nichts ist gewachsen auf den Feldern. Für uns beide ging meine Mutter immer Blätter suchen. Und sie hat uns immer davon die Melde gekocht. Sie war sehr bitter, aber wir haben sie gegessen. Mein Vater war niemals zu Hause. Der ging immer betteln an der brandenburgischen Grenze entlang. Er blieb manchmal zwei Wochen weg. Dann kam er mal nach Hause, um nachzusehen, wie es uns geht. Er schüttete uns einige Brotkrusten auf den Tisch und die waren sogar noch dazu benagt. Ja, so war das. Der Hunger ist doch sehr schlimm. Sogar meine gepappten Blinze aus Lehm habe ich gegessen. Ich hatte doch solch einen großen Hunger. Aber den Lehm mochte ich dann doch nicht so gern. Mit elf Jahren bin ich dann vier Winter in die Schule gegangen. Ich habe das Notwendigste gelernt. Später habe ich selbst mein Lesen und Schreiben vervollkommnet. Ich übernahm den vaterlichen Lastbesitz und nannte mich fortan Heilpower in Rhone. Viel Arbeit habe ich mir auf den Hals geladen. Alles war verkommen. Nichts war in Ordnung. Dann fing ich an zu bauen. Das brauchte viel Mühe und Zeit. Jedes Jahr habe ich etwas gebaut. Erst die Scheune, dann die Stallung und den Schuppen. Die nächsten Winter habe ich dann das Wohnhaus zeichnen lassen. Im Frühjahr wurde das Holz gehauen und nach Hause gefahren. Einige Bauern haben mir dabei geholfen. Nach Feldstein bin ich dann nach Graustein gefahren. Alles habe ich mit meinen Ochsen nach Hause gefahren. Auch viele Fuhren leben, habe ich nach Hause gefahren. Meine beiden Ochsen haben sich sehr geschunden. Und ich auch. Der alte Zech hat mir dann das Haus aufgebaut. Und im Juni 1806 war das Haus dann fertiggestellt. Ja, ich habe meine Gegend um Schleife sehr geliebt. Ich bin auf den größten Baum geklettert und habe sie liegen gesehen. Schön unsere Dörfer. Und habe jedes Dorf in unserem Kirschbüh Schleife betrachtet. Später habe ich dann alles aufgeschrieben. Schreiben war meine Freude. Da habe ich mich an den Leuchtkamin gesetzt und habe geschrieben. Aber da hatte auch meine Schwiegertochter gesessen und hat mich ausgeschimpft. Du Faulenzer, du mit deiner verflixten Schreiberei. Auch an meiner Hobelbank habe ich gern gearbeitet. In der großen Stube durfte ich dann auch nicht arbeiten. Musste in meine kleine Kammer gehen. Ich wollte doch im Winter mein Webschuh fertig machen. Ja, so war das mit ihr. Oh, oh, da bin ich aber froh, dass die Zeiten heute in Rhone andere sind. Und ich gehe auch mal wieder auf, dass die Tante hier in Rhone kennt.